Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir sind in irgendeiner Reaktoranlage, wo wir gerade den Super-GAU verändert haben oder so ähnlich und ich glaube, wir sind jetzt fertig und machen uns auf den Schlussdialog gefasst. Ich hoffe, das ist der Schlussdialog. Achso, ja, scheint so. Girl, ist auf meiner Seite. Auf wen ziehst du da? Tu es nicht. Riley. Aber hallo, jetzt geht es aber zurück. Entdecker, ja. Ich weiß nicht warum, aber ich bin jetzt eben einer. Muss ich mich mit meiner Rolle des Entdeckers abfinden? Und mache mich dann auf die Suche nach neuen Entdeckungen, ja. Gute Arbeit da unten, Shepard. Ohne das Depot wäre der gesamte Kriegsschauplatz gefährdet. Wie stehen die Chancen, dass die Reaper zurückkommen? Eine Einsatztruppe wird die Anlage betreiben und verteidigen. Wenn die Reaper kommen, sind wir bereit. Ich habe Captain Rileys Bericht gelesen. Sie hätte es ohne sie nicht geschafft. Ich habe gerne geholfen. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Packet Ende. Ei. Gut. Ähm. Oh, Geld. Das Beste. So. Was haben wir hier? Ne, das ist nicht neu. So. Das Doktor. Der Doktor. Dessen Name ich nicht aussprechen kann. Kann aber sein, dass die schon mal vorher vorkamen. Hier sind so unendlich viele Namen. Ich kann mir das überhaupt nicht merken. Verbessertes Raumschiff-Treibschiff. Also. Gut. Dann ist es so. Schadet nicht. So. Irgendwas mit dir zu bereden? Nein. Ich gucke auf mein Pad und verschwinde unauffällig. Ja. Ich wollte nur mein Pad. Danke, Commander. Check. Verstehst du? Gut. Also. Du bist Tali. Ich habe nichts Neues über diese Reaper-Basis gehört. Hoffentlich geben sie uns bald ein Ziel. Uh. Ja. Wie ist es, Tavik in der Flatte? Im Moment ist es sehr anstrengend. Ich bin Admiral und stehe. Ich will nur, dass wir das hier lebend überstehen. Alles andere kann warten. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich hier. Nein, Shepard. Wenn wir das hier überleben, haben wir eine Heimatwelt. Sie helfen Ihrer Heimatwelt, wenn Sie durch. Ich weiß nicht. Wie gesagt. Wir reden später. Für ein Privatgespräch könnte ich nicht in Ihre Kabine rufen. Das werde ich auch. Das kannst du mir glauben, gell. Mein früherer Sergeant hat erzählt, dass Cerberus am Anfang ein Sonderkommando der Allianz war. Sonderkommandos sind nie ganz abbreitend. Wenn man dann kümmern soll, dann muss man die ganze Zeit überkommen. Ah. Die erzählen mir immer so ein Schmarrn. Ich kann es nicht glauben. Commander? Okay. Die hat nichts zu sagen. Das ist perfekt. Ich wollte hier gerade nochmal einen Rundgang machen, weil ich glaube, nach dieser gigantilösen Mission, nicht die letzte, sondern die davor, dann gibt es hier was Neues zu hören. Mann, diese quarianischen Admirals schüchtern einen ganz schön ein. Und wenn du nervös wirst, kannst du sie dir nicht mal nackt vorstellen. Denn hey, vielleicht sind sie ja widerliche Zentakelmonster. Ja, genau. Darauf stehst du doch, Mann. Commander? Alles klar. Nichts. In Kürze maximaler dynamischer Druck. Für minimalen Widerstand, Rossel. Jut. Nichts. Hier gibt es nichts. Äh, das... Ähm... Obwohl... Sollte ich mich an eine neue Mission wagen, oder... Tja, ich kann euch jetzt leider nicht... ...hören. Mhh... Na gut, egal. Gehen wir wieder zurück da, wo wir vorhin waren, und machen diese... Aquarianer links da zu Ende. Es wird wohl das Beste sein. Es wird das Beste sein. So, da ist die Citadel, da muss ich mit Miranda reden. Später. Alles klar. Alles klar. So, jetzt nach Ranoch. Ach, zwei Missionen direkt. Jesus Christ. Mhh... Na, dann gehen wir erst mal zur Rettungskapsel, ne? Rettung zuerst. Ah, okay. Hey. Ja, wieder die beiden. Ich glaube, das ist... ...gar nicht mal so dumm. Ja, komm schon. Ja, Waffen habe ich jetzt keine bekommen, aber ich bin leichter geworden aus irgendeinem Grund. Ich weiß jetzt nicht, welche Waffe ihr das verursacht habt, aber ich bin leichter geworden. Was mich beruhigt. Wie regelt ihr das mit den... ...Gewichtsproblemen, sag ich mal? Würde mich mal interessieren, was... ...weil... ...ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Vorteile hat, wenn ich jetzt so viel leichter bin. Ja, die Kräfte werden schneller aufgeladen, aber irgendwie benutze ich nicht so viele. Von daher... ...ist das eigentlich... ...egal. Ja. Ja. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Ranoch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Saal Chorus ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakte herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Gäth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen in Ordnung. Zen? Admiral Zen? In Ordnung. Hoffentlich ist Admiral Chorus bei der Rettungskapsel geblieben. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Was war das für ein Technobi? Wir werden beschossen. Die Gäth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze Sie hier ab. Ah, hier mitten im Nirgendwo. Ah, die Schnauze. Es wird nicht... ...sentimental. Da haben wir keinen Platz. Nichts zum Looten. Nein, hier liegt nicht zufällig irgendwo eine super tolle Geheimwaffe, die ich gegen Typen einsetzen kann. Nein. Gut. Aber, ja gut. Schöner als die Krogana-Welt ist es auf jeden Fall. Das ist ein Störturm. Hoffentlich ist der Admiral unverlängst. Es gibt hier schon so viele Gäth. Säuberungsteams. Die Gäth-Potten überlegen und haben nie etwas anpacken. Ja, ne? Ups. Da habe ich auch irgendwas gesehen. Aha. Pyro. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit, von daher... Ich glaube, ich bleibe erst mal bei Kryo-Munition. Macht, glaube ich, Sinn. Vor allem bei Pyros. Gut, ihr kleinen Schützen. Oh, was fällt mir eigentlich ein? Ich sollte Disruptor-Munition benutzen, weil es ja alles verdammte Roboter... Robots sind. Und Robots sich bekanntermaßen sehr gut disruptieren lassen. Ne? Was haben die hier gemacht? Lagerfeuer? Erzähl mir keinen Scheiß. Dann brauchen die Lagerfeuer. Hup. Oh, nein. Sie sind so weit gekommen. Wir müssen Saal Khoris anfangen, wenn wir ihn finden wollen. Gehen wir zu dem Störturm. Oh, da lag noch Geld drinne. Da lag noch Geld drinne, Leute. Guckt, dass ihr jetzt alles Geld aufhebt, bitte. Wuuuuh. Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Minen. Ja. Was ist ein Javelin? Alter. Mein Snipper. So, warte. Warte mal. So viel Gewicht. Oh, das ist viel Gewicht. Oh, die Präzision ist auf Max. Ah, aber der Schadens. Oder? Alter. Ach, du Kacke. Oh. Irgendwann später. Irgendwann später. Irgendwann später benutze ich das. Ja, ein Javelin, Alter. Hm. Sieht so geil aus. Na? Da unten patrouillieren Gath. Ah, das ziehe ich. Das ziehe ich, Buddy. Dann machen wir die von hier oben fertig. Aber, boah. Nächstes Mal erst. Das wäre ja scheiße, wenn ich jetzt noch mal anfangen würde, hier groß eine Klopperei zu veranstalten. Die seht ihr aber nächstes Mal. Die nächste Episode findet ihr oben rechts in der Anmerkung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns doch. Dann seid ihr mal up to date mit unseren Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.